Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Adam. Wir sind hier im Palast der Eiskönigin im sechsten Raum, beziehungsweise Level. Und wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Trees und Yetis. Okay. Na gut. Trees, sind das Trees, durch die wir durchgehen können? Ja, ah, okay, das sind keine lebenden Trees. Okay. Ja, dann lassen wir die Yetis mal Yetis sein, würde ich sagen. Gehen euch mal großflächig. Okay, eine kleine Lichtung. Wo geht es da unten weiter? Hier geht es weiter. Da unten geht es auch weiter. Ähm. Ne, geht es nicht. Das sah nur so aus. Okay. Gut. Das ist einfach nur kleiner, kleiner, kleiner Wald hier. Oder Garten, oder was auch immer. Äh, yes. Okay. Also, peaceful. Ice statue, okay. Distant wind, okay, hier steht ein Forge irgendwo rum. Snow Golem, okay. Okay, ich nehme an, ihr wollt, du, ihr werdet was dagegen, wenn wir mal die Tür aufmachen. Oh, hier ist noch eine ganze Menge. Okay, naja, mal schauen. Machen wir hier mal die Tür auf. You enter an ancient abandoned Forge. Okay, super. Ist hier irgendwas? Nope. Okay. C. Ähm. C. It. C. It. Ups. C. So. Ähm. Hi. Okay. Stört euch nicht. Okay. What the fuck. Aha. Nein, nehmen wir einen Schritt zur Seite, Mensch. Open. Ah, das ist so eine Art Gefängnis, ne? Oh, shit. Uncarrying Fire Vortex. Weißt du was? Du bleibst da mal besser drin. Okay, hier werden Monster eingesperrt sein. Oder Bones, falls die Monster da schon zu lange eingesperrt sind. Okay, haben wir... Ne, ich hab meine Wands alle hier gelassen. Wir haben keine Monster Detection. Okay, das ist... Wir wollen aber im Moment erstmal noch keinen Stress machen. Wir wollen hier erstmal gucken, ob wir hier irgendwie jemanden antreffen, der... What, 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 der hier für irgendwas, ähm... Irgendein Weisungsgeber hier. Äh, you stomped through deep snow. You are hit by an enormous gale of wind toppling you over. Was soll das denn? You are thrown north. You lose your uncarst helm of mental stability. What? An uncarst helm of mental stability is lying here. Okay, was ist hier los? Deepwater. Deepwater, okay. You are better by violent gusts of icy wind. The storm threatens to topple you over. Was soll das denn? Wo kommt denn hier der Wind? You are hit by an enormous gale of an... You are thrown to... Whoa, whoa, whoa. Okay. Ach so, und wir verlieren unseren Hut. Ja, weil es so windig ist. Lustig spielen. Okay. Ähm... Ähm... Sieht so aus, als sei ein Ausgang im Westen, ne? Im Süden sieht's... Nicht unbedingt. Vielleicht. Also definitiv würde ich sagen... Ja, da ist ein... Ja, hier ist ein Feld. Ja. Definitiv ein Ausgang hier. Obwohl, hier könnte auch ein Ausgang sein. Na gut, gucken wir upala. Gucken wir erst mal. Hm. Ach, das ist ja lästig hier. Meine Güte, komm mal hier. Ja, ja. Ja. What? You lose your lesbian crystal shield. Verlieren wir auch die Sachen, die wir in der Hand haben? Okay, dann nehmen wir es mal. So. Ach, das ist ja lästig. Vor allem können wir... Das ist ja... Ach, das ist ja fies. Da können wir ins Wasser geworfen werden. Wild and cast of icy wind. Ja, meine Güte. Ähm... 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 Das müssen wir dann bei Gelegenheit mal... Ähm... 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 Come on, ich will hier durch... Ich will hier durch... Ich will hier durch... Äh... Ja. You enter the throne room of the palace of the ice queen. Although it appears empty in its vastness, it is filled with whispering and you sense many... Eyes resting on you. Ja, wieso, die sehe ich doch. Ach so. Würde ich normalerweise nicht sehen. Invisible stalkers. Okay. Okay. Wir kommen in Frieden. Glaube ich. Also zumindest vorerst... Ja, du hast einen ziemlich großen throne room. Meine Güte. Willst du irgendwas kompensieren hier? Bist du die ice queen? Die ice queen. Peaceful. Okay. Na gut. Okay. Bevor wir mit der ice queen reden, essen wir vielleicht nochmal einen Happen. Guten Tag, die Dame. Welcome, Mortal. Bist du nicht Mortal? Wir haben einen Auftrag bekommen, dich umzubringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht Immortal bist. Ähm. Oh, you talked to the chaos wormling. Yes. Well, hopefully you do not feel tempted to follow his stupid suggestions. Nee. Ich rede ja mit dir, sonst hätte ich dich angegriffen, du dusselige Kuh. Äh, so du, 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 ice queen. Ähm, eure Hoheit. That wouldn't be good for you. Do you want to help me in my war against chaos? Ja. Warum nicht? Chaos has ensorcelled... Macht chaos sowas? A frost giant Jarl called Haga. Okay. His domain lies to the northwest. That brute, now, is trying to wrest control from me. Okay. He weakens my forces, and that in turn strengthens chaos. Seek him out and slay him. I will reward you handsomely. Das ist also in a quest. Das, okay. Turn to the caves of the frost giant Jarl to the west of the ice queen palace. The ice queen asks you to slay Haga. The frost giant Jarl in the caves to the west of her palace. Okay. No good. I'm going hungry. Me, 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 me. Hast du hier irgendwie einen Shortcut raus? Ich muss hier wieder durch. Da... Ich nehme an, das funktioniert immer noch nicht. Nope. Beinegude. Okay, ihr seid ja jetzt alle freundlich, ne? Okay. Aber ich hab da auch noch eine Treppe gefunden da irgendwo. Da muss ich auch nochmal reingucken. Ich weiß nicht, ob ich euch aus dem Weg gehen muss, aber ich geh euch lieber aus dem Weg. Die eigentlich alle hostile, ja. Mir ist nach dem letzten Video aufgefallen, ich hätte mich ja auch theoretisch, als sie noch nicht hostile waren, an ihnen vorbei drücken können. Also mit Change Position. Ähm. Könnt ihr Unsichtbares sehen? Oder warum kommt ihr mir hinterher? Äh, was ist das? Visible, sie können wieder meint, das ist ein Squareface, ein huge fortbilder. Naja. Lassen wir ihn rüber. Kommt mir da eh nicht hinterher. Wieso haben wir schon wieder weniger Hitpoints? Weil wir... Nee. Keine Ahnung. Wird schon wieder Toughness verloren? Ja. Nee. Hm. Erstmal sollte ich mir aufschreiben, dass wir unser Amulett entrosten. Achso, hier kann ich auch rübergehen, wäre doof. Dutututu. Die haben wir nichts zu tun haben. Okay. Ja, könnt den ganzen Kram mal deswegen mitnehmen. Lasst mich bloß in Ruhe. Wo geht es hier hin? Ah, das ist ein Shortcut. Verstehe. Susan Cold. Ja, whatever. An ominous huge cave entwürft an icy gale of death and chaos. Hier müssen wir wahrscheinlich hin. You completed the quest to enter the first giant caves. Echt? Achso, jetzt müssen wir ihn noch umbringen. Okay, und was ist hier? Chaotically aligned altar. Wollen wir den umdrehen? Brauchen wir? Nee, brauchen wir im Moment nicht. Okay, dann legen wir jetzt mal Interstability an. Obwohl hier könnte auch Wasser sein. Also lassen wir das Amylett mal wo es ist. Legen wir stattdessen den Anc an. Der kann nicht rosten. Und in die Hand nehmen wir unser Schwert. Und in die andere Hand nehmen wir unser Schild. Na gut. First Giant Berserker. Okay. Aber ich... Ah, hier funktioniert Teleportation. Das ist schon mal gut. Aber du kannst mich nicht sehen. Funktioniert hier Burning Hands. Sehr gut. Und... Dankeschön. Dankeschön. What the fuck? Shadow... Oh, hier gibt es ganz gut Punkte. Oh, ein Buch, was wir noch nicht kennen. 250. Moment, 250. Bücher wiegen noch nicht. Okay, da kümmern wir uns hinterher drum. Es scheint ja offensichtlich hier keine... Keine permanente Eisgeschichte vorzuherrschen. Es sind einfach nur Frost Giants und... Also Frost Kreaturen und Bücher. Ja, ein Spellbook kostet... Wiegt 100. Also ist das... Ach, das ist wieder so ein bescheidtes Tracks of Chaos oder so ein Mist. Ich hatte erst gehofft, vielleicht ist es ein Spellbook, was wir noch nicht haben, was inzwischen eigentlich nicht mehr allzu viel sein kann an Spells und in jedem Fall sind es Spells, die wir an dieser Stelle auch wirklich gerne haben wollen. Okay, Forge und ein Altar. Ups. Geh mal aus dem Weg, bitte. First Giant Hostile, ja, ja. Ah, ist Elemental Hostile, ja, ja, ja. Na gut. So, und wenn wir euch jetzt einfach so angreifen... Slightly Wounded, okay. Wollen wir natürlich Wounded. Purschneubusse können hierbleiben. Ähm... Einwischen. Frost Giant Berserker macht Damage. Slightly Wounded. Okay, ja, ein bisschen... What the fuck? Snow Golem. Okay. Eat. Also da hier ja auch, äh... Frostboot ganz gut funktioniert. Wer bist du? Goblin Rocks. Naja, wenn du meinst, dass das gute Idee ist, dass du hier rumläufst. Ähm... Naja, da war ich ja auch noch nicht. Bin ja durch den Gang noch nicht durchgegangen. Hm. Geh mal aus dem Weg da. Werewolf Lord. Okay. Skull, die wir noch nicht kennen. Nichts von Bedeutung. Wer bist du? Frost Giant Berserker. Wie viele Firebolts haben wir denn? Ah, da haben wir noch eine ganze Menge Firebolts. Das ist gut. Dann können wir damit... Okay, hier geht's weiter runter. Ja. Ja. Okay, hier geht's weiter runter. Oooooohh. Bleak Amulet. Gold Pieces. Und ihr seid... Greater Mummies. Okay. Come on. Uh, da kommen eine ganze Menge Mummies. Strange Warfing, oh no god. Ja, kann ruhig... Brennen. Naja, gut, dann machen wir euch von Hand tot, oder? Ja, kriegen wir das hin. Sieht gut aus. Ein Crown, okay. Schaut's beer, okay. Zeit für einen Firebolts. Ja. Ja. Sind hier alle tot. Das ist aber enttäuschend. Pushen auf Poison brauchen wir nicht. Pushen auf Poison brauchen wir nicht. Ein Boots brauchen wir zwar eigentlich auch nicht, aber... Glockenspiel brauchen wir auch nicht. Glockenspiel brauchen wir auch nicht. Pushen auf Water können wir gebrauchen. Und Gold brauchen wir auch. Ist jetzt schon wieder passiert. Pickpocket Skill. Oh ja, stimmt. Das hätte ich noch machen können, aber... Wir sind ja hier nicht zum Vergnügen. Ich bin ja hier nicht zum Vergnügen. Okay. Hier waren wir noch nicht. Du bist wieder ein Yeti. Oh. 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 What the fuck? Some kind of statue. Ice Vortex. Geh mal kurz weg hier. Oh. Die Statue lasse ich mal lieber in Ruhe. Da passiert ja immer nur irgendwas Doofes. Habe ich die Treppe schon gefunden? Ja. Ganz am Anfang. Ciao. Das ist ja hier. Okay, weiter nach unten. Level 3, wie viele verdammte Levels hat das denn? Zumindest noch eins mehr. Und ein Tension Room. Okay. Dann gehen wir mal lieber auf Coward. Caveman, okay. Die können wir mal... Okay. Okay, da ist die Tension. Voller Assassins. Okay. Okay. Die müssten wir ja eigentlich... ...kaputt kriegen. Zumal sie uns auch nicht sehen können. Du kleiner Schlingel, lass das mal bleiben. Weißt du, okay, Spiel, dann essen wir halt eine Up. Yes. Yes. Oh, come on. Chainmail, okay. Okay, nehmen wir erstmal alles mit. Platemail. Scarboard in one. Potion of Oil. Das könnte sogar Rust Removal sein. Okay. Okay. Und hier finden wir noch ein alter got a clear line okay i Wie zur Hölle kommen wir in den Raum da rein ich will da jetzt nicht hingehen ich will mich da jetzt hin zaubern ja ich könnte mich einfach hin teleportieren aber ich will da hin graben oh hallo vielmehr Schallbesirker und eine menge Forst Giants na gut das ist ja dann Pille Palle bzzzt 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 Ups so wie ich die ganze Zeit den falschen Zauber das wollen wir machen ok Geld Sling Holy Symbol Nehmen wir das mal mit Okay hat ja nicht lange gehalten aber ich meine wir können ja eh keine Stärke dazu kriegen Sling Okay Stellt euch mal in eine Nein, dann nicht Okay Richtig viel Erfahrung geben Die auch nicht mehr Und dann Vier Boah und Schirm Hurra Okay Ja, das scheint ja noch ein bisschen Länger zu werden Ja, da würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter In den Frost Giant Jarl Caves Level 4 Wie es da unten in Kurzform steht Und Ja, wie hieß der Kollege Hagger In the Caves to the West Okay Ja, dann würde ich sagen, hoffentlich finden wir den bei Zeiten mal Und dann würde ich sagen, machen wir hier weiter Beim nächsten Mal mit mehr Adam Bis dahin, tschüss Die Bedeutenden